was geht ab leute jetzt wir kommen zu diesem kleinen kurzen video wo ich mit euch über ein thema sprechen will ja was sich seit gestern so in den medien befindet und zwar habe ich gehört dass viele dick werden durch die corona krise ja woran liegt das wie können wir das vermeiden und warum ist das eigentlich total bescheuert also meine meinung zu dem thema erst mal 400 kalorien verbrennen wir weniger dadurch dass wir mehr zu hause sitzen und uns weniger bewegen nicht zur arbeit gehen und mehr auf dem sofa sitzen und so weiter also das ist schon mal 400 kalorien im durchschnitt verbrennen wir weniger und dadurch nehmen die leute zu wie können wir das also verhindern ihr kommt schon fast selber drauf ihr müsst euch einfach mehr bewegen uns ist ja nicht verboten raus zu gehen spazieren zu gehen ich sehe auch viele menschen die rausgehen spazieren gehen und ja einfach sich ein bisschen bewegen sport machen draußen die fitnessstudios sind zu wir müssen zu hause trainieren es gibt eine millionen videos auf social media im moment wo jeder echt jeder macht homeworkouts wir machen das ja schon ewig bei breakletics unsere app gibt es auch schon richtig richtig lange ihr könnt euch einfach mehr bewegen und dadurch könnt ihr das ganze auch ganz ganz einfach verhindern es kommt nur auf euch an und ihr seid selber schuld wenn ihr dick werdet so hart es auch klingt aber ihr seid wirklich selber schuld dieser weniger aktivitätsumsatz den ihr habt weil ihr mehr zu hause sitzt den könnt ihr dem könnt ihr ganz ganz leicht entgegenwirken indem ihr euch einfach mehr bewegt weil wenn ihr mehr zu hause sitzt nicht zur arbeit geht habt ihr auch automatisch meistens mehr zeit wenn ihr natürlich jetzt kinder habt und so gut dann müsst ihr die kinder mitnehmen die kids freuen sich vielleicht auch mal wenn sie rauskommen aus der wohnung und ein bisschen abwechslung kriegen aber der letzte punkt warum das ganze eigentlich ziemlich bescheuert ist dazu kommen wir jetzt und zwar das ist zwar jetzt meine ganz ganz persönliche meinung und so meine ganz ganz persönliche ansicht dieser dinge aber ich persönlich zum beispiel habe nicht zugenommen ich habe mein gewicht gehalten ich habe mich letzte woche jetzt noch gewogen und das liegt halt daran dass wenn ich mich weniger bewege dann esse ich auch automatisch weniger ich habe viel weniger hunger was ich aber glaube ist dass viele viele leute aus langeweile zu hause essen oder aus befriedigung weil sie irgendwie gerade unzufrieden sind mit der aktuellen situation was man ja auch durchaus verstehen kann aber das ist dann hier und nicht hier das ist das gleiche wie beim intervall fasten da wird uns auch der körper gaukelt uns vor wir haben hunger dabei haben wir eigentlich niemals hier in der westlichen welt hunger und sie geht so gut wir haben auf gar keinen fall hunger wir kennen das gefühl von echtem hunger wahrscheinlich nicht mal richtig worauf ich hinaus möchte ist ihr müsst euer mindset ein bisschen ändern und darauf achten dass er nicht aus langeweile ist sondern wirklich wenn ihr hunger habt ist ich habe auch den fehler gemacht ich habe mich schlecht ernährt es hat mich so ein bisschen aus den ja aus diesen gewohnheiten der der normalen woche und dem alltag natürlich rausgerissen wie uns alle anderen auch aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt wieder so zurückgefunden zu dem ganzen es nicht aus frust gerade in so einer zeit jetzt so verschwender ich zu denken und zu essen wenn man gar keinen hunger hat ihr werdet ihr wisst es selber am besten das muss ich gar nicht erzählen aber dieses video als kurzes update einfach aus dem corona block quarantäne diaries hier ist mir aufgefallen gestern als ich das in den nachrichten gesehen habe und ich dachte was für ein was für ein quatsch also das muss ja wirklich nicht sein dass wir noch unsere gesundheitsschaden jetzt indem wir zunehmen und dadurch als argument wird dann genommen weil halt alles zu ist und wir nicht draußen sport machen können die fitnessstudios zu sind und das ist einfach nur eine doofe ausrede schreibt mir gerne mal in die kommentare wie ihr das thema seht ob wir meiner meinung seit ob ihr vielleicht ganz ganz anderer meinung seit wird mich auf jeden fall interessieren ich habe gesehen viele neue abonnenten sind da freut mich mega herzlich willkommen auf diesem kanal mein name ist daniel ich betreibe diesen kanal und ich freue mich auf jeden neuen abonnenten dazu kommt ich hoffe dass wir vielleicht endlich mal bis zum sommer endlich die 1000 abos knacken und bis zum nächsten mal macht's gut bleibt gesund ciao und ich freue mich auf jeden fall